willkommen heute schauen wir uns super fantasy kingdom an bisher ist es noch eine demo wie soll dieses jahr noch auskommen also es ist geplant und wir haben ein helden gut ist ja auch nur eine demo und ritter klasse mensch 0 rekord tage kills wo dann haben wir hier wahrscheinlich so dauerhafte upgrades wir uns mit goldmünzen kaufen können wieder belegung an neue würfel also viele verschiedene sachen wenn wir uns den jetzt erstmal aus das soll ein mix aus mehreren verschiedenen spielen sein wie konnte alles einfach verschwinden willkommen in super fantasy ging dem erste schritt in den wann ist die taverne zu platzieren wenn du dies erneut lesen möchtest klicke auf die aufgabe unten links auf einen großen bauplatz taverne hier bauen ja also wir haben ein ritter also den die wir ausgewählt haben zwei holz das andere noch null hier ist das gold links oben was für diese dauerhaften sachen brauchen wir können das spiel pausieren dann sind hier noch andere funktionen ressourcen können verwendet werden nachdem sie zur borg gebracht wurden nur lebensmittel werden stattdessen in der taverne gelagert jetzt benötigst du holz blick auf einen weiteren großen bauplatz und wähle das sägewerk aus holzlager holzlager feldbäume kostet nichts steinbruch goldmine farm jäger also hier dann erweitert also es ein bisschen dann wie ein siedler stelle der träger mehr einheiten opfereinheiten nehmen wir jetzt das arbeiter entscheiden selbstständig welche aufgaben sie übernehmen du entscheidest lediglich wie viele arbeitsplätze in jedem gebäude verfügbar sind mit dem hausrad selte eilt gedrückt um zu sehen wie die arbeitsplätze in allen gebäuden zugewiesen und besetzt sind ah ok hier ist jetzt einer drin und hier bauen ein haus hier holz hier ist unser ritter nach vorne macht zehn schaden jede sekunde 50 meter radius leben schild verteidigung der morgen ist vorbei und monster werden beginn dein dorf anzugreifen deine einheiten greifen an sobald die ziele in reichweite sind du kannst die reichweite einer einheit sehen indem du mit der maus über sich schwebst oder sie bewegst derzeit ist deine einzige einheit dein held gewinnt erfahrung wenn du monster besiegt wenn ein held stirbt als verloren das ist der radius okay leert was ist dann machen wir machen leert was man muss immer ein bisschen um haben wir können raus das war eine sehr große karte also hier scheint jetzt die monster zu kommen die kommen wurde also momentan von recht vielleicht kommen die noch von überall her so wie sammeln holz holz ist scheinbar voll maximal vier brauchen wir denn alles hier brauchen wir steine lager verbessern haut steine aber wir haben gar keine arbeiter also ein arbeiter für holz auch noch einen steinbruch sagt er uns wegen jetzt ihren zweiten rein wir haben jetzt einen neuen dann werden wir hier wohl den steinbruch bauen das ist scheinbar unser könig neues zimmer mehr platz für einheiten oder es war auch anklicken lagerung 1 produktion ganz neue bäume kostet steine gucken wir mal das ist ganz nah ran gesungen also 23 oben ist noch einer hier hier ist noch bitte aber den können wir gar nicht anklicken also hier ist jetzt der schatten der einheit weil sie da wohl postiert ist und jetzt bleibt sie nach vorne an wir haben immer noch hier holz bock kann eine begrenzte menge an ressourcen lagern ja das haben wir eben schon gesehen dann wieder einer raus und ja noch rein wir brauchen dann nur steine jetzt sind die gegner rot und weil es abends wurde das sieht jetzt aber nicht so gut aus ok scheint der tag ist rum dann kommt die einheit zurück das heißt bestimmt brüche also jemand durchgekommen ist oder so ein ruhm erhalten weiter mein freund und wer bist du freund nur ein alter vergessener mann ich komme mit hilfe um dem könig recht helfen hier nehmen ein umsonst werwolf zyklop und meister der sieht doch aus wie ein magier wir wissen leider noch nicht was die können oder? geht das irgendwo? ne wenn wir drüber hauern das ist ein freundes Spiel nehmen wir als erstes mal wieder oder? ne neue einheit wurde auf der ersatzbank auf die ersatzbank gesetzt die meisten einheiten können nicht von der ersatzbank aus angreifen sondern müssen auf das schlachtfeld platziert werden ziehen sie einen der freien plätze nehmen deinen helden einheiten sammeln erfahrung wenn sie in der taverne essen sie schlafen nicht gern hungrig ein ah dann sollten wir jetzt kurz pause machen also den hier können wir jetzt ah ok dann setzen wir den einen nach vorne den am besten dahinter nehmen wir den aus dem holzfäller raus und packen den in die taverne das ist ja an einem tag genug zeit haben um nahrung zu sammeln unten in der mitte sehen wir jetzt ah das bessern kostet zwei gold brauchen haben wir wir sehen das leben die angriffsstärke wir sollen ja in die taverne haben wir hier ist auch noch einer drinsteine brauchen wir jetzt erstmal die leuchten ja pferd, ein esel irgendjemand der das für uns alles trägt sehr cool so jetzt ist hier jemand sammelt dann und diese bären jetzt haben wir eine mahlzeit und die musik ändert sich immer wenn jemand angreift so jetzt können wir auch gucken was er kann ein lightning hit ab gut targets der ketten blitz walte die passive fähigkeit bei der hexe so müssen wir auch eine hexe finden aus dem kleblatt jetzt glück gedacht aber was will eine einheit mit glück so jetzt ist da auch andere einheit die uns angreift werden bestimmt dann von tag zu tag mehr und wahrscheinlich auch schwierigere einheiten natürlich besser dann wenn so zwei nebeneinander sind momentan kann er ja zwei angreifen so wir haben jetzt dafür genug baue straßen um die welt zu erkunden und dein dorf zu einer ausgedehnten stadt zu erweitern sie sind dauerhaft erfordern jedoch eine bestimmte menge an ruhm klick auf die schaltfläche oben rechts um in den straßenbau modus zu gelangen und wähle dann den pfeil aus in die richtung du expandieren möchtest so ist es pause dann werden jetzt hier so pfeile angezeigt 250 von dem was wir eben bekommen haben sie hier unten große plätze dann ich denke mal bauplätze 15 also nach unten ist teuer nach oben ist billiger 0 ein stein ja den machen vielleicht geht der weg dann hierhin machen als erstes durch ein stein um zu überleben bedeutet benötigst du mehr einheiten einfachste weg ist das straßen um zu hause einer menschlichen einheit in der welt zu bauen dort kannst du diese einheiten kaufen und verbessern weitere dich nur eine einheit findest und kaufe sie ob hier wird halt nur gebraucht wenn wir auf play sind bern haben wir jetzt sechs worte das wird ja reichen und jetzt hier wieder einer rein da ist noch einer drin das nächste haus mit einem arbeiter kostet dann acht also verdoppelt sich wohl immer errichtet wasser biologe arbeiter werden bestimmt erstmal wieder gut und wir haben nur zwei kleine plätze also muss man hoffen dass wir dann hierbei irgendwie großen bekommen das ist das jetzt dieses monster herausfordern heute nacht anzugreifen die last mal lieber nämlich aus wie der hätten blitz magier den wir haben und unserer ist wahrscheinlich mal stark dass man das mal lieber die übersetzung ist noch nicht perfekt aber immerhin gibt es das mit übersetzung das nur für eine demos also richtig gut schon halte die passive fähigkeit bei der hex also es wird wohl ich drauf hinauslaufen dass wir irgendwo eine hexe finden einheit kaufen vier steine jetzt haben wir genug dann gehen wir lieber und deine organisieren so aber die auf der eigentlich auch gut also noch geht jetzt wird es wieder dunkel also müssen dann unbedingt auch hier wenn es dunkel wird werden die einheiten rot die angreifer und schneller müssen wir jetzt gucken was deine kriegen dann haben wir noch so eine dritte einheit der led freigeschaltet einetwegen so 2 ich denke keine brüche 0 tode aber wieder einen rum dazu bekommen weiter geht jetzt auch was hinsetzen essen schlafen ist der von allein und dann muss ich wieder weitergehen also das kann man wenn dann auch überspringen aber wir haben es ja noch nie gesehen einmal pausieren also die sammeln jetzt steine aber 0 haben maximal 8 cool vielleicht die hexe klicken geht nicht oh hier ist ein feld erschienen wieder aufbauen um in zukünftigen wands mit ein holz mehr anzufangen kostet 5 gold wir warten noch mal noch ein bisschen wir brauchen ja auch steine für die weg brauchen wirklich als nächstes dann noch auch hier ein holz wird angeliefert acht holz noch mal was wir gucken jetzt brauche gold klumpen und der nur steine dann bauen wir jetzt hier erstmal ein haus hin so kann hier wieder einer rein erfahrung haben wir noch genug oh hier ist auch noch im feld auch wieder ein holz mit einem holz mehr anfangen so jetzt kommt der magier mit einem grünen Stab dann sammelt mal lieber unser ein eigener eine brauchen wir ganz dringend hier es gibt auch in der welt kleine bauplätze die haben wir ja nun gerade gefunden so pausieren das kann der das haben wir ja schon gesehen und mal zum glück bei dem konnten wir das sehen ein kleiner radius warte mal wie viel 18 leben scheinbar also sehen leben aber 18 schuld drüber unser held hat 11 leben 13 rüstung drüber dann setzt man den wohl vielleicht so und weil die von der seite angreifen machen wir mal so so hier ist jetzt immer noch eine einheit ah ok wir kriegen nur die eine aber soll wohl symbolisieren dass wir sie von hier haben heute ist aber ein cooler kentenblitz wir haben zwei steine dann können wir doch hier wieder zwei rum haben wir ja ok 999 brauchen wir denn als nächstes also nahrung brüchten dann vielleicht noch arbeiter 1 1 ja dann warte gold klumpen den nur mit gold bauern dann bräuchten ein haus mal ein arbeiter über und das müssen wir jetzt mal immer hin und her schicken dann gucken wir mal hat es auch grün hinterlegt das können wir uns leisten warte mal die expansion aber wir haben hier oben genau das stein können wir uns auch leisten so ja ok der weg ist ok ok also hier ist ein platz so können wir mit einem stein nächstes mal anfangen und hier noch ein stein und das hier hey kumpel komm hier rüber was ist denn hier passiert mein wagen ist kaputt hilft mir ihn zu reparieren drei bretter soweit sind wir ja noch gar nicht machen wir das von anders so wie haben wir das gold bekommen ach wir könnten bretter herstellen wir brauchen ja aktuell hier voll klumpen warte mal da brauchen wir dafür ok das ist nur eine sägemühle als nächstes bauen ja wie das aussieht dann müssen wir dann eine sägemühle bauen die bretter also hier sind zwei drin hier ist einer drin nahrung haben wir genug brauchen wir dafür holz holz dann geht hier einer raus und hier einer rein und wie das hier oben aussieht oh ne jetzt werden sie gleich wieder schneller die halten aber auch gut schon aus die optik ist schön und man muss verschiedene sachen machen also verteidigen ok die gegner droppen wohl das gold also wir können so ein bisschen aufrüsten und sachen freischalten dann verschiedene einheiten zum verteidigen also macht ein ruhm dazu bekommen die bekommen hier so balken dann können wir das uns irgendwie anzeigen lassen 2 von 3 oh ein leveln die wahrscheinlich so hier so eine hütte wird ja immer teurer wir machen jetzt holzfäller äh ne hier bretter stellen wir her können wir vielleicht noch den wagen von dem reparieren ein stein vier holz reizenfarm krass was bringt die uns denn ich brauche aber die sägemühle hier oh und holz vielleicht doch ne ja sägemühle hm jetzt sehen wir hier nehmen wir einfach trotzdem hier ein raus und ne da rein also wir haben jetzt also pro einheit geht eine mahlzeit flöten das heißt am nächsten tag sollten wir irgendwo einen kurz raus nehmen hier zum beispiel stein ist voll wenn der hier mit rein so warte mal warte warte der konnte man doch hier irgendwie aha mit stein was bringt denn das jetzt deine erste einheit ist gerade ein rang aufgestiegen du kannst einheiten für ressorten aussteigen lassen oder indem du sie mehrmals bekommst okay genügend rum um ihre familie in das königreich einzuladen das leveln erhöht die attribute einer einheit während ränge die aktiven und passiven fähigkeiten verbessern ach das war hier auf zwei sekunden jetzt bei 1,4 greift das schneller an also der cooldown ist geringer okay das schaltet also hier so ein stern frei und dann diese sachen und level durchs essen werden sie dann stärker scheinbar und dann ist ja besser wenn wir die gut also dass sie abends immer was essen was kostet denn das nächste dann 16 stein okay das verdoppelt sich auch einfach nur jetzt bei unserem herrn hier bei dem helden geht das nicht ah ok ab und zu lassen die gegner so gold fallen denn übrigens ganz schön viele gegner jetzt werden sie auch noch schneller ein brett haben ja vielleicht leider noch nicht drei rum können wir damit einen weg kaufen ein stein haben wir den brauchen wir ja gar nicht da könnten wir hier können wir oder hier oben ne 5 also nur diese beiden wir machen mal den vielleicht kommen wir dann da hin und vielleicht ist das die hexe so ja das möchten wir so wo geht der weg denn hin also der ist hier runter gegangen schon mal das schon mal gut müssen das ist bestimmt noch nicht fertig oder oh 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 god wir haben überlebt kein brett haben wir noch ob die morgen noch zwei bretter hinkriegen dann können wir dem händler helfen so so hm hm haben wir drei hatten wir ne der oben oder haben wir jetzt fünf hinsetzen dann gehen sie erst mal einen Tresen scheinbar unglücklich dann bestimmt hier dass Bären nicht deren Lieblingsessen ist so boah er ist jetzt aufgelevelt drei Lebenspunkte mehr und zwei Angriffe mehr ok ok der steigt dann morgen auf cool so jetzt wir haben noch drei Bären oi 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 oh wenn der König hier reingeht haben wir doppelt so viele Ressourcen also geht bestimmt doppelt so schnell einfach zwei Bretter jetzt können wir auch hier gucken jetzt hier ein Weizen ein Weizen hinladen nade Gäste ein hier für den Zyklus zu leben komme sechs Weizen komme fünf Volt brauchen wir jetzt gerade noch nicht oder? wir brauchen erstmal ein drittes Brett und dann müssen wir das hier machen geht ja gar nicht wir haben kein anderes großes Feld um so eine Goldmine zu bauen finden wir hier können wir nicht wenn da keiner drin ist dann kommt hier einer raus und da einer rein morgen wir haben zwei Leute die essen ja auch müssen wir auf jeden Fall ja ja gut wenn wir noch kein Stein hier können wir mit Stein ergeben wir das jetzt in Gang aus so oder für die Dauer wir lassen erstmal so oh drei Fretter wir sehen uns wieder kommt der dann bestimmt irgendwann mal oder sowas ist ja wie eine Aufgabe so was brauchen wir jetzt als nächstes hier hier Gold und Stein aber wir kommen nicht an Gold ein Haus dann würden wir alles produzieren können ne wir haben jetzt zwei Bretter die wir dazu nicht brauchen was macht er jetzt am schlausten na gut Steine die brauchen wir für diese für die Wege der kostet zwei Gold ja und der hat 16 Steine gekostet ne ja für die ganzen Wege brauchen wir ja auch Steine ein aber hier diese grünen Magier wir halten ganz schön was aus oh Gold wenn es schlecht aussieht gucken ob wir Fein haben weil wir kaufen irgendwie noch einen Weg oder so oder vielleicht dann hier diese Felder müssen wir mal sehen oh das sind aber sehr viele vielleicht Kettenblitz haut rein oh Gold was ist jetzt? warte ich dachte wir haben verloren schneller angreifen auf einmal Rüstung für alle Einheiten hier unser Feld hat Rüstung und der Ritter hat auch Rüstung ok und Umschlag plus 50 Schaden für Einheiten A mit voller Rüstung gut wenn wir getroffen werden das weg dann nehmen wir lieber schneller angreifen weil es sind ja immer mehr gibt ne oh oh also er hat nur noch sieben Rüstung der 33 jui jui wie viel irgendeine Gute sind nicht mehr so viele können wir vielleicht schaffen boah die heilten aber aus Romane freigeschaltet hilft dem Händler oh ja war sogar das was gemacht haben so wie sah es heute aus 36 3 Brüche das ist bestimmt nicht gut oder oder warte mal wurden wir dreimal getroffen gilt das als Bruch wir haben ja ein bisschen Rüstung verloren bei die Einheiten aber wir sind im Ruhm aufgestiegen also gut das essen schmeckt immer noch nicht jetzt ist der auch level up ganz schön viel sogar so Tag 6 da kommt jemand gehe für das Licht bist du bist du der Held von 1 kann das sein keine Zeit für Erklärung nimm eines dieser Monster von mir das Schicksal des ganzen Reichs könnte davon abhängen jetzt sind wir in Pokemon wir haben kein Gold cool ja doch nicht so sind nur zwei Steine und nur Nahrung warte mal wo ist denn ich brauche einen Arbeiter warte der hat doch hier was irgendwie wie gesagt für diesen Run 5 Volt für den Zyklus so ach ja ganz prima hm ja super wir können gar nicht mehr machen jetzt wir brauchen Gold damit was Lager erhöhen können ok dann geht einer hier raus und wir müssen jetzt Bären sammeln bei so ein Haus können wir nicht kaufen hm ich glaube es ist sinnvoller erst jetzt hier Plätze kaufen und dann machen wir den Ritter oh Goldmine zwei Bretter, drei Steine hm hm wir haben aber keine Arbeiter dafür ganz prima hier wir können eh kein Holz geht grad nicht so warte wir können noch irgendwo immer noch zwei Steine hm 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 ich nehme den noch ok was ist das hier verbessere Dorf um in zukünftigen Wands mit einem Arbeiter mehr anzufangen dafür fehlen zwei Gold also hier diese Münzen die wir so sammeln ist natürlich gut ne auf das hier ein Holz mehr gut dass wir noch nichts ausgegeben haben für diese Felder dann hoffen wir jetzt dass wir zwei Gold irgendwie bekommen oh die halten aber viel aus sind das eigentlich Holzfäller Bauarbeiter Minenarbeiter da ist Gold das reicht so starten wir den nächsten One ein bisschen schneller weil wir dann einen Arbeiter mehr haben direkt ok können wir die jetzt anquatschen nö hm Weg hinbauen aber da ist doch schon ein Weg nö warum haben wir ah wir brauchen drei Steine wir brauchen zwei Gold hier ist keiner drin da ist keiner drin gut dass wir dieses Rüstungs Upgrade haben wir müssen jetzt immer mal schauen am Ende wenn dann noch wir bräuchten ja ein Haus wir bräuchten ja ein Haus aber das geht nicht weil wir erst das hier brauchen aber wenn es schlecht aussieht geben wir die Steine aus die wir haben oh Gott dann geben wir die Steine aus für hier noch Wegerweiterung da bringt ja nichts hier dann noch abzugehen wenn wir sterben und so wie es stand bleiben die Wege ja müssen wir die nicht nächste Runde wieder freischalten war das ein Filmgeräusch oh Satür freigeschaltet unterstütze das Dorf für das Wege freischalten und sowas bekommt man noch auch noch freigeschaltet Park 6 50 Kills aber 4 Brüche ich glaube wir hatten 8 ne weil sonst sind wir ja aufgestiegen so hinsetzen einmal essen er ist doch halt also eben brauchten sie 3 für den Aufstieg jetzt brauchen sie 4 also es wird wohl bei jedem Level dann mehr so wir brauchen da ist das zweite Gold können wir das hier machen so jetzt würde das wofür können wir den jetzt maximal 60 das reicht genau für so ein Haus hm kommt der da wieder weg und kommt da rein dann können wir uns nämlich ein Haus organisieren und dann können wir nämlich auch das hier machen weil wir jetzt ja 16 lagern können jetzt mal hier ist jemand drin da und da sind jetzt das erde problemkönig ok ok 16 steine und hm das hier kostet ja alles gold wir warten den kampf mal erst mal ab wir warten den kampf mal erst mal ab aber es war nicht weiter schlimm jetzt aber es war nicht weiter schlimm jetzt oben hat er auch eine Anzeige also ist bestimmt so ein Miniboss oder ein Kriegerboss dann sind das bestimmt also normal große die grünen die grünen oder quell da leite einen nasses ziel mit blitz zu treffen schockt umliegende ziele also gibt es regen in dem spiel weil wie willst du sowas nass kriegen wäre für unser magier echt cool helliges licht plus 100 prozent gegen verschwunden also diese beiden typen unser held wäre das zum beispiel glaube ich wir sind das alle drei gegen verspottet wir haben noch nichts was verspottet macht also stand hier zumindest noch nichts 50 angriff wahrscheinlich höher und wie magier mit schuld unser morgen ja aber nicht nehmen wir das und jetzt können wir auf i drücken waren das jetzt gewollt die sonne münchen moneten ganz klasse ist warum ist denn jetzt dunkel nein wir können wir können haus bauen also es war einfach nur der goblin king heute aber das ist ja ganz toll aber der hat sechs ruhm gebracht cool überhaupt genug essen so die hälfte voll oh hier der würde den nächsten abend aufsteigen okay okay haus so pause also da ist ein arbeiter drin da ist einer drin da auch wir brauchen am meisten steine momentan und da jetzt der neue arbeiter rein würde ich sagen oder richtig ne ja 16 steine kostet der ritter hier also unserer zum upgraden hier auf der n2 was das auch immer macht mehr wie 16 können wir eh nicht lagern blätter benötigen wir glaube ich gerade nicht und wir brauchen ja auch steine über wege kosten das 8 oder es geht noch 12 haben wir auch 4 haben wir auch warum der hier so teuer ist dann muss hier ja hier irgendwie richtig cool sein oder so warte mal vielleicht geht er auch so dann hier rüber in neues gebiet und neues gebiet erschließen das kostet halt richtig viel jetzt greifen wir uns mini-echsen ne warte riesenechsen ein dinos gott dass sie da war wie wir das schaffen warte mal sechs essen haben wir das rechte erstmal politisch passt da noch einer rein wenn ja morgen wieder kochen hier werden sammeln gehen wir brauchen erstmal 16 stück oh gott halt nie viel aus wie also wenn immer mehr und alle einheiten die so bisher kamen also fast alle hier schnell über das gold einsamen drauf gehen los sammelt 16 steine unser ritter hat kassiert aber er heilt sein schild wieder hoch also auch gut und aufgang monster werden rasend das würde auch rechts unten stehen wenn man auf gott einheit gefallen eine einheit kann keine fähigkeiten benutzen oder bewegt werden aber keine sorge du kannst sie zurück bekommen betreten gefallene einheiten die taverne zuerst solange irgendeine nahrung bekommen erholen sich wieder vollständig sie bekommen aber keine erfahrung dann steigt hatte der welt sowieso nicht aufgehen sondern der magier würde jetzt aufsteigen ganz den friedhof bauen um einen gefallen einheit aus dem weg zu räumen als man die austauschen möchte dann so oft immer jetzt neue auch nicht angeboten er hat noch der auch was sind aber noch was hier sind vier stück gerade in angriff von denen ist unsere magier auch schon auch mausetot 11 steine ist wenn der magier stirbt und unser held runter geht dann machen wir pause und kauf uns die wege und hier alles andere noch wohl das nehmen wir lieber dann noch für die dauerhaften sachen der magier ist tot so 11 steiner ja und nicht mehr ja möchten ja wohl so können wir noch acht stein haben wir noch hier können auch da können wir auch so ist natürlich nicht aufgepasst was die sachen so im shop kosten aber mit mehr startressourcen an könnten ja ein holz haben wir angefangen drei oder so wir machen das bessere das sägewerk um förster heute verbessern das haben wir ja schon mal gesehen und wir sagen kaufen noch eins und haben noch 50 und hier stein und herr ist zwölf wenn die also für zwölf gewillt kann stein mit a umso weiter weg umso teurer die wege werden noch theoretisch noch gebaut dann nehmen wir hier nach 15 was sind jetzt kaputt denn lassen wir so ja wir haben verloren hier ist ein großes feld aufgeploppt also der hat die wege noch gebaut dieser lage was jetzt passiert die dinos sind unser dorf an zuerst verloren am tag acht mit 16 um 59 gold an thank you so much for twiggen out my game it's solo project made in one year please forgive any problems you may have In contrast, the demo was made a relatively short notice. Pacing and balance will be very different in the final game. What I do need right now is feedback. Please consider joining the Discord. I really love to hear what you think about it. You can support him. It's a great game. Don't forget to add to your wish list. So. We can choose the Helden. So, let's see. Schaden. Erhöht Schaden um 5% pro Rang. Ja, was? Das war ja dann das, was er selber auflevelt, ne? Durchs Töten. Erhöht Leben. Erhöht mehr. Also ich habe jetzt keine Übersetzung für, aber ich denke mal, der hat mehr Fühlstärke. Tragische Verteidigung. Physische Verteidigung. Kitschung. Rückstoß. Oh, Reichweite. Fähnlichkeit. Hoher von Effekten. Ja, so. Wir nehmen wohl Reichweite, ne? Dann kann er einen größeren Kreis zum Angreifen. Und mehr Schaden, oder? Dann kann er die schneller... Warte mal. Was geht? Dann machen wir aber mehr Schaden und mehr Leben. So. Aha. Hat eben 20 gekostet. Also wenn du eins kaufst, werden die anderen teurer. Richtig. Besser die hatte. Okay. Probieren wir das jetzt mal aus. Also wir haben ja schon viel gelernt. This is impossible. Pause. Warte, hier steht eine 2. Hm. Wir brauchen... Nein, die Taverne kommt am besten hier wieder hin. So. Verwerne. So. Holzfäller ist umsonst. Da kann direkt einer rein. Und wir haben ja jetzt... Das wir mit 3 Holz starten. Also zum Holz starten. Doch, wir haben... Ah, ja. Wir haben ja hier ein Feld gekauft. Um mit einem Holz mehr zu starten. Und das hat ausgereicht. Und schon direkt den Steinbruch zu kaufen. So. Brauchen wir 4 und Holz und 3 Steine. Bären brauchen wir erstmal nicht. Wir haben noch keine andere Einheit. Weil der hier scheint nicht zu essen. Den können wir dann direkt wieder für 4 kaufen. Also nix. War auch nix. Kann man mal gucken. Wir haben hier noch schnell Wege freigeschaltet. Neuer Kunde. Was ist dies für ein Ort? Rein zu Hause. Komm mal rein und entspannen dich. Wer heute angreift. Oh, das ist ja cool. Was bringt jetzt nicht wirklich was? Aber eigentlich cool zu wissen. Was kommt hier? Ah, hier. Der hat dieses Symbol. Sieg mit Einheiten. Wie der Hexe. Also ich. Und kostet 4 Weizen. War aber irgendwie gedacht, sie wäre die Hexe. Mittags werden wir angegriffen. Okay. So. Hier gibt es scheinbar eine Quest. Das Dorf nochmal upgraden. 500 Gold. Hier den I'm One schaffen muss. So komm. Oh. Vier Steine. Vier Steine ist doof. Warum sind Steine schneller als Holz? Warte, vier Steine. Direkt kaufen. So. Cool. Der kann da stehen. Vier Holz. So. Also da ist einer drin. Da ist einer. Wir benötigen drei Steine. Weiß der geht da noch. Oh ne warte. Haben wir ja eine andere Einheit. Dann geht er da hin. Weil der braucht ja dann Nahrung. Wirklich cool, dass das so der Fortschritt erhalten bleibt. Sozusagen. Man muss nur die Gebäude wieder neu aufbauen. Und sonst die Wege bleiben alles. Aber es wurde ja auch immer teurer hier hinten hin. Das heißt wir müssen jetzt erstmal sehr viel sammeln. Und da überhaupt wieder hin zu kommen. Und uns das leisten zu können. Da liegt ein Backel auf dem Boden. Hm. Ja, steht da ja. Super. 2, 2, 2, 0. Oh, scheiß. Nicht funktioniert. War wohl zu spät. Jetzt kriegt er nichts zu essen. Dann levelt er nicht. Immer kriegt man pro 10 einen Ruhm. Ja, dann können wir das jetzt überspringen. Weil wir haben nichts zu essen. Der hat uns beim ersten Mal schon was verkauft. Also geben. Satyr. Den hatten wir hier unten rechts. Weil wir dem Dorf geholfen haben. Allgeschaltet. Helbling. Wehrwolf. Satyr. Schaden. Nahkampf. Bewegung. Infanterie. Fernkampf. Unterstützung. Schaden. Haken. 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 Gelegen. Hm. Nehmen wir den hier vielleicht. So. Was macht der? Was kostet der? Der kostet natürlich ja 2 Gold. Worma. Also. Eine Steinschleuder. Wie kriegen wir das? Also die hier scheint ja dann wohl nicht die Hexe zu sein. Und wir kriegen auch keine Aufgabe von ihr. Bessere, mysteriösen Steine. Um Zugriffing Wands mit einem Orb mehr anzufangen. Was ist ein Orb? Ah, Orb Erz bestimmt, ne? Dann kann man nur mit einem Gold Erz anfangen. 4. 4. 4. So. Abgegradet. 2 Gold. 3 Stein. Goldmine. Bretter. Holz. Was kostet das hier? 8. 8. 1. 1. 1. 2. 5. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. bäume jetzt irgendwie ja eher nicht machen das baum war hier und das platt also hier in lange laufwege ist eigentlich egal im spiel oder der macht bretter was der sinnbefreit ist aber keine arbeit haben es muss nur acht holz sammeln gold 1 aber es gibt ja verschiedene helden die man auswählen kann später wir haben ja das gold jetzt für diesen hellen ausgeben erzählt das nicht für alle sondern man muss jeden held den mann benutzt er kann bestimmt irgendwie andere fähigkeiten neue upgraden und sowas und zwei tagen steigen die auf müssen wir jetzt auch immer gut essen produzieren an sechs stück kann aber das beichtigen kann erstmal hierin mal lieber hier in holz sammeln sechs stein sechs stein das rechnen als erstes benötigen wir ein haus damit man arbeiter haben acht stämmer wenn wir hier noch einen weg gekauft was gibt es denn hier ambruch schützen vier holz bei dem raum haben wir noch eine nahrung braucht sollte man nicht so früh machen noch geht es ja in der stärke her immer noch 6 also nach dem ersten wann kommt man im zweiten sehr viel schneller voran schon 8 stück könnten ja eigentlich das häuschen hoch oder wozu brauchen wir generiert wasser wir stellen wir das haus hier so aus einer sind bretter braucht man bestimmt auch irgendwas ja genau wir brauchen nicht bretter um die dinge zu machen wir machen überall ein noch mal so wochen holt wenn der daraus wir können nämlich kein stein mehr sammeln und kann anuntergang arbeiter gehen heim warte acht dann können wir den doch momentan kurz einmal noch abreden da die gold rum schön einsammeln das gold das brauchen wir das ist ja sehr wichtig also nächster produzieren sie dann erstmal nur schade hat ein gegner gefehlt ah morgen steigen sie auf so ich würde aber sagen wir haben ja jetzt gesehen ob man alles in dem spiel machen kann und das ist nur die demo und die karte scheint ja riesig zu sein also hier ist wasser zumindest hier steckt ein schwert drin ist vielleicht hier ein kompass also nord aus süd west so anzeige und hier oben geht es dann bestimmt noch weiter irgendwie hier ist ja bald aber wir können ja abholzen scheinbar hier ist vielleicht ein durchgang und hier oben können wir noch mindestens ein zwei wege bauen denke ich mal das wird wohl in der demo drin sein dass das hier machen kannst die wege hierhin sind ja viel zu teuer gewesen wirst du nicht hinkriegen musst du bestimmt sehr oft spielen um hier alles andere diese kleinen sachen alle freizuschalten dass du mit sehr viel ressourcen am anfang startest und den helden upgraden dass du ganz darauf ausgehst nur nahrung zu haben und viele nicht sind ja nur vier einheiten voll schnell hochlevels oder so mit ganz viel rum kriegst weil wir wissen ja auch nicht wie weit die erweiterung noch geht also die demo können wir uns darauf freuen dass uns dieses jahr noch rauskommt macht ja sehr viel spaß finde ich ein guter mix aus verschiedenen sachen ein bisschen bauen muss mal gucken und hier aufpassen dass hier nichts durchkommt dann der weise man kann ja auch noch mauern verbessert alle einheiten dazu sind wir letztes mal nicht gekommen vielleicht ist das ja in der demo noch drin hinterher auch mal ausprobieren was an so spielen habt und dann sagen sehen uns erst mal beim nächsten mal wenn ihr wollt gucken wir uns noch an hier wie weit die demo reicht und dann das fertige spiel am ende bis dann und dann Vielen Dank.